Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Füller bzw. Kolbenfüller wieder richtig reinigen kann, wenn hier die Tinte eventuell sogar schon eingetrocknet ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zum Reinigen benötigen wir logischerweise mal unseren Füller hier, ein Taschentuch und zwei Gläser mit normalem Leitungswasser. Wenn das Leitungswasser bei dir zu Hause relativ hart ist, dann kannst du natürlich auch destilliertes Wasser hernehmen. Falls der Füller hier jetzt wirklich schon sehr stark eingetrocknet ist, dann solltest du diesen am besten einfach mal über Nacht in ein Glas Wasser geben und in dieses Glas Wasser noch so ein, zwei Spritzer Spülmittel hinzugeben. Das Ganze einweichen lassen und dann kannst du mit dieser Anleitung hier weitermachen. Bei mir ist es nämlich jetzt leider nicht der Fall. Zuerst einmal müssen wir bei unserem Füller hier vorne die Kappe runter machen und danach den Füller auch noch auseinander bauen. Also ich halte mal vorne fest und dann einfach gegen den Uhrzeigersinn das Gehäuse hier hinten runterschrauben, dass einfach unser Konverter hier hinten zum Vorschein kommt. Normalerweise ist in unserem Konverter hier jetzt noch etwas Tinte mit drin, denn bei mir muss ich einfach an dem Drehmechanismus einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass der Kolben hier weiter zur Feder vorgeschoben wird. Dadurch bekomme ich die Tinte auch raus. Hierfür kann ich jetzt nämlich meine Feder auch ruhig schon einmal in das eine Glas hier reingeben. Ihr könnt sehen, die Tinte geht schon etwas raus und drehe ich hinten am Konverter noch. Somit ist die ganze Tinte wirklich komplett draußen. Nun gehen wir mit dem Füller einmal in das zweite Glas, weil es ja jetzt noch relativ sauber ist. Damit gehe ich auch ganz hinein und nun hier hinten am Drehmechanismus einmal in die entgegengesetzte Richtung drehen, dass wir einfach schön das Wasser hier in den Konverter rein saugen. Das mache ich jetzt einmal. Sollte bei mir auch schon reichen. Genau, es geht nicht mehr weiter und jetzt halt meinen Füller wieder nehmen in das andere Glas und hier lasse ich einmal das Wasser einfach wieder schön raustropfen. Diesen Vorgang mache ich jetzt ungefähr drei, vier, fünf Mal würde ich sagen und dann schaue ich einmal, wie das Ergebnis ausschaut. Nach dem dritten Mal können wir jetzt eigentlich schon relativ gut sehen, dass das Wasser, das ich jetzt hier hochziehe, nicht mehr ganz so blau ist. Also die Tinte wird langsam weniger, wird dünnflüssiger und das mache ich jetzt einfach noch ein paar Mal, bis es wirklich komplett sauber ist. Nach dem fünften Mal können wir hier beim Tropfen vorne schon relativ schön sehen, dass die Tinte jetzt wirklich nahezu restlos schon aus meinem Füller draußen ist. Weswegen ich jetzt auch hier vorne einmal die Feder noch mit einem Taschentuch abtrocknen kann. Hierfür die Feder einfach vorsichtig auf dem Taschentuch einmal abtupfen. Sollte bei mir jetzt dann auch schon reichen. Wichtig ist nur, dass du wirklich ein Taschentuch verwenden solltest und kein Küchentuch. Denn diese haben meistens kleine Fasern, die hier die Feder vorne kratzig machen könnten. Und das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Somit sind wir auch schon mit dem Reinigen von unserem Füller richtig fertig. Jetzt könnten wir ihn entweder wieder nachfüllen, so wie ich es in einem anderen Video auch schon mal gezeigt habe, oder wieder zusammenbauen. Wenn du für zu Hause jetzt so ein Tintenfass zum Nachfüllen, einen hochwertigen Füller oder auch so einen Tintenlöscher hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines von diesen Intensivlinien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.